In den sozialen Netzwerken tauchen von Zeit zu Zeit Internetphänomene auf, die von den Usern gefeiert und ausgeschlachtet werden. Derzeit ist die sogenannte Nummer 10 Year Challenge der absolute Renner, dabei lädt man ein Bild hoch, indem man sein jetziges Ich mit dem von vor 10 Jahren vergleicht. Der englische Twitter-Account von Borussia Dortmund nahm den Social-Media-Trend direkt als Vorlage, um gegen den Hass-Rivalen von RB Leipzig zu sticheln. Der BVB lud ein Bild hoch, in dem die schwarz-gelben die Bullen mit 2009 und 2019 vergleichen, nur 2009 bleibt die Bildhälfte einfach weiß. Damit spielen die Borussen natürlich darauf an, dass Leipzig ein, in ihren Augen, traditionsloser Klub ist, der mit Hilfe von Dietrich Mateschitz erst im Sommer 2009 willkürlich aus dem Boden gestampft wurde. Die Leipziger nahmen die Stichelei im Übrigen ganz locker und verwiesen selbst darauf, dass sie zuvor ein ähnliches Bild bereits hochgeladen haben und warfen dem BVB somit mangelnde Kreativität vor. Am Samstag liefern sich die beiden Klubs dann nicht in den Netzwerken ein Duellkommas, sondern dort, wo es bekanntlich zählt, auf dem Platz. Der BVB tritt um 18.30 Uhr in Leipzig zum Topspiel des 18. Spieltags an.